Hallo und herzlich Willkommen zu Hunt Showdown, Freunde des guten Geschmacks, wieder hier mit Skulldur, die gleichen Charaktere wie in der letzten Folge. Mein Aim ist immer noch nicht da. Was? Ach, lustig. Weil ich hab ja gelootet, Weltmeister. Hab da jetzt glaub ich dreimal Waffen wechseln müssen in der letzten Folge. Ich weiß nicht wie du's siehst, ne, aber äh... Können wir ihn schlechter machen, bitte? Ich hab gern muss mir auf die Spinne. Nee. Gute Idee. Oh nee, ich hab schon wieder so viel Kaffee. Das Zeug hier ist bei mir wieder lila. Was? Woher kommt das? Ich weiß nicht. Und hier, die Dinger sind auch voll matschig. Ach nee, könnt ihr grad spinnen. Oh Gott, wir müssen ja ganz woanders hin. Ach, wir haben... Ja, wir können ja die Spinne, wir können ja die Hinweise von der Spinne machen und dann ruhig was ein schlechter. Ja, so könnt ihr. Oder? Wenn wir Pech haben... Nächster Hinweis, gleich wieder mit der Spinne. Dann dachte ich glaub ich trotzdem gehen. Ich weiß nicht. Ja, wobei... Geh mal da lang, ne? Ja, thank you. Ja. Oh, loih. Toller Schocken grad. Weil ich dann in .... ne .... map war. Bewblewvwwo. Babelsprachen lernen. die sagt ihr wenn es irgendwann mal eine waffe gibt so eine romero doppelläufig aus dem grund wird diese waffen und falls dann wird es wahrscheinlich weniger schaden ja das läuft dann auch dass er weniger gibt es gibt der wie heißt die reife abhält sie nicht übergang man ist schon immer auf ich finde es voll für wir und eigentlich dass die jetzt mal offen sind mal nicht ja auch gerade ein bisschen zu offen rum ich weiß nicht so aggressiv voll ist es hier ganz voll matschig bei mir die sind nicht geladen das dach ist nicht geladen das ganze haus ist nicht geladen von der grafik her das ist echt schade also irgendwie habe ich seiten update habe ich echt zu grafikprobleme vielleicht mal ein video ist aktualisiert komplett musste ich machen wegen call of duty mother warfare sonst konnte spielen wir nicht starten das war hart ich laufe nicht hier läuft ja wohl gerade sagen ich habe ihn getroffen mit vorsicht abhune ich lauf gerade weg ein bisschen wo ist denn ich bin tot scheiße scheiß monster ich hatte gerade so pech ich hätte einfach drin bleiben sollen ich kann mich auch verstecken und warten bis die wenn sie dich nicht verbrennen wenn sie dich nicht die nerven mich grad ultra schritte vor dir da da ne halt monster ne monster ist gerade relativ offen also der eine hat hat hupune der andere hat bin mir gerade nicht sicher ob der vielleicht alleine ist die hunde sind hinter mir ich bin am arsch rein rein macht die türen und ja türen zu machen türen lauf türen zu machen ich versuche es ja rüber du blutest ja ich weiß zum kotzen mann die tiere gerade ich hatte auch gerade richtig pech ich sehe glaube ich ein oh ne es sind hunde ich bin tot das schaffst du nicht mehr glaube ich ach man das war gerade ich war zu aggressiv einfach ich hätte einfach ach was habe ich mir da nur gedacht dann verraten mich die hunde auch noch da 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 rechts drinnen ne was drinnen ja da genau da da war einer da drinnen ne das ist ein monster oh komm friss dich du fotze meine fresse sorry das wollte ich nicht ich brenne immer noch klasse links schritte und sie dich wieder angefackelt oder ne das war glaube ich woanders da genau du läufst richtig mit links du bist tot scheiße ach ficken alter hä sag mal bin ich bescheuert was soll das ich verstehe das nun manchmal nicht wenn ich mir jetzt heil kommt um die ecke ach vielleicht ist er ober mir kann das sein doch auf dem dach blech wenn das denn nichts anderes zu tun hat soll er halt sich verpissen ohne witz ich hatte grad so pech ich auch mit den husch ich konnte nicht rauslaufen weil das ding zu klein war ich musste ducken da habe ich ihn verloren da ist ein viecher auf mich zugelaufen habe das messen in der hand gehabt dann hat er mich angegriffen oh das hat grad gar nicht funktioniert oh mann oh mann oh mann mit den hunden das war ja auch voll kacke bei mir ne naja ne es hat mal kraft war der drunter gesprungen glaube ich sind glaube ich aber zwei bin mir nicht sicher bin mir nicht sicher oder wie so weil da gerade eine verrecktes ich höre gerade an ich höre gerade an ich höre als zuschauer nicht mehr zu sehen ach komm meine fresse ohne witz was für eine kacke oh der eine war so gut wie tot und dann kommt dieses drecksviech wieder Nee, ich wollte schon sagen, dass da rechts ein Viech ist. Ich hätte auch gedacht, du hast es schlecht gesehen. Links sind wieder Hunde. Alter, meine Presse. Wie viel Pech hier wir gerade haben. Ne. Schnauze langsam gestrichen, voll von diesem Match. Ich weiß noch, und die anderen, da passiert gar nichts, oder wie? Oh. Eigentlich kann ich gleich rausgehen, ne. So ein bisschen. Weil unnötig weiterspielen macht auch keinen Sinn. Kannst du auch einfach mal probieren. Ich sehe ihn. Da oben ist er. Oder ist das ein Monster? Versuch den 6. Doch, nein, das ist er. Ich glaube, es hat er dir aber vielleicht Achsen. Meinst du? Ja. Aber dass sie so hartnäckig sind, das ist krass, ne? Ja. Dass sie nicht einfach mal weglaufen und versuchen weiter die Beute zu holen? Das dauert eh gerade relativ lang. Ja, vielleicht sind das alle irgendwie. Aber ich glaube nicht, dass er mich gesehen hat. Weil guck, wo ich gestanden bin, hinter diesem Busch. Siehst du das? Schon ganz geil eigentlich. Mhm. Schade, ich hätte vielleicht schießen können. Ja. Hätte ich vielleicht einen Headshot gemacht. Da unten ist er. Oder? Oh, keine Ahnung. Jetzt wieder um. Er ist wieder um. Shit. Ah, fuck. Geträumt sich nicht raus, ne? Krass. Aber irgendwie sehe ich auch die ganze Zeit Lichter oder sowas. Das wird dann erschießen. Zwei Mal getro... Toll, alter. WTF? Zwei Mal getroffen. Ey, das... Aber einmal... Das war doch ein Headshot, oder? Das waren zweimal so kreuzig. Ach, keine Ahnung. Ja gut, das weiß er aber, dass du da bist. Und das wird dann nicht mehr zu diesem Fenster kommen. Also... Loll, was geht da ab, Alter? Du müsstest bedenken, ich spinne es auch eventuell auch... Ach, das ist das Schlechte. Da, da, da. Ja, ich sehe es. Das Ding ist, das ist bei mir ein Grafikquiller. Das sind einfach nur schwarze Flecken. Headshot. Alter, du triffst die so gut die ganze Zeit, Alter. Hättest du uns die Mosi in einer Gans, wenn ich schon... Höh? Ah, der lebt noch! Was? Aber das war doch ein Headshot. Ich habe doch zu sterben hören. Oder vielleicht... Wieder wieder... Oder es war ein anderer. Hat er jetzt wieder da? Ja, jetzt wurde... Oh Mann! 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 Und dann noch einer mit so einem Scheißen-Masten. Und dann, Alter... Oh! Du blutest. Wow. Alter! Nee. Ich könnte es echt kotzen kriegen gerade, ne? Das ist echt... Holy fucking shit. Jetzt habe ich keinen... Hä? Ach so. Ja, stimmt, du hast recht. Boah, ich fress... Schon wieder... Alter! Ich fress einen Besen, ehrlich. Nee. Also... So viel Pech in dieser Runde. Nee, das ist echt frech. So viel Pech hat mich lang. Ich versuche jetzt mal, den Ausgang zu erreichen, damit du wieder mitspielen kannst. Nee, nee, mach ruhig. Also, alles gut. Eigentlich will ich eigentlich... Du willst, dass ich sterbe, ne? Dass er wieder gleich aufschuldigt, ja? Ja, ich merke das schon. Ich bin nicht blöd. Komm, stimmt nicht. Nee, wäre aber cool, wenn du halt wenigstens irgendwie so Rache... Da, die sind ja immer noch dort. Das hat mich gesehen. Alter, wie oft... ... musst du ihn noch treffen? Also, irgendwann kann er sich nicht mehr heilen. Habe ich jetzt ne Headshot gemacht wieder? Nee. Nee, glaube nicht. Nee, der ist im Nachseil. Er hat die Harpune für den direkten Nachkampf ne Dolch-Pistole. Ja, die Wetter-Bi ist... Ja. Die Wetter-Bi ist gerade gar nicht mal so schlecht. Ja, ja. Also, auf der Entfernung ist es gerade perfekt eigentlich. Das Ding ist... Ich glaube, der tut uns wieder, wieder beleben. Ne? Ich... Ich... Ich habe leider gerade nicht die ganzen Geräusche irgendwie. Ich habe die Headshots-Geräusche und Sterbe-Geräusche nicht. Ah, jetzt ist es wieder dort. Alter, das ist nicht dein Ernst. Also, auf der Entfernung bist du im Vorurteil. Das ist schon mal klar. LOL. Wie es ausschaut, kommt die vom Schlechter hoch. Echt? Glaube ich zumindest. Je nachdem, wie es es sich ist, entscheiden. Ah, ich glaube, ihr geht zum Ausgucken. Aber wie oft soll ich ihm dann noch einkillen? Ehrlich? Uuuh! Ich bin gerade in der Map! Lol, ich war gerade in der Map! Fuck! Scheiße! Dass der dich gesehen hat, du warst mit dem Holz gestrickt oder sowas. Ich überlege gerade echt zum Ausgucken, weil ich auch keine... Kein Leben mehr habe, kein... nichts mehr zum Heilen. Oh, weißt du, das ist so... Oh, weißt du, das ist so... Das ist Ausgucken, quasi. Ja, ja, ich weiß schon. Oh, ich weiß nicht. Ach, komm, fuck off, oder? Ehrlich? Weil, ich will ja, eigentlich muss ich auf was sterben, damit wir gleich aufsehen. Ich würde mich jetzt halt gerne heilen. Und wie gesagt, du kannst die doch allen einmal... Ah, ja, stimmt. Gut. Passt. Wusste ich nicht. Dachte, ich habe es schon einmal aufgebaut. Aber ich habe so viel Pech auch gerade. Ja, das ist echt krass. Ja, das ist echt krass. Sag mal, wo waren die? Hast du die gesehen? Weißt du, die mich angeschossen hatten? Ja, die waren immer noch bei diesem Gehöft. Da ist ein Runde gesprungen. Okay, die schlechten Leute gehen raus. Also, die sind wirklich immer noch dort. Der ist gerade runtergesprungen. Ja, weißt du, was Witz ist? Ich habe eigentlich diesen Hinweis geholt, und er war nicht droh. Und zwei Sekunden später war der Typ für uns gestanden. Ja, das haben wir aber schon mal festgestellt, dass das wirklich extrem nah sein muss. Also, so weit weg konnte er nicht sein, wenn er nach zwei Sekunden da auf uns gestanden ist. Das ist eigentlich der nächste Hinweis, theoretisch. Ach, deswegen haben die ganze Zeit auf mich geschossen, weil der in diese Richtung ist, wo ich stand. Weil die... mussten da lang gehen. Aha. Wieder. Hast du gesehen? Die Krähen. Mhm. Aber da ist... Doch, die wollen zu dem Hinweis. Sehe ich den zufällig? Ich habe gar nicht gesehen, dass da ein Hinweis ist. Ich auch nicht. Das sind ja zwei Hinweise, ja, dann wird da die Spinne sein. Frau. Die haben doch gerade jemanden nicht gefüllt, glaube ich. Ich dachte, das ist eine Frau. Ja. Ich habe es auch gerade nicht... Ich habe genau auf ihn geguckt, habe aber nicht reagiert, weil ich dachte, das ist ein Monster. Sag mal, wie sind die direkt zu mir gegangen? Kannst du mir das erklären? Die wissen immer exakt, wo ich bin? Raffe ich nicht. Raffe ich einfach nicht. Wie sie exakt zu mir geschlichen sind und genau gewusst haben, wo ich bin. Das ärgert mich des Todes. Das verstehe ich nicht. Ich dachte mir jetzt so, die gehen jetzt in Richtung... Durch welche Waffe wurdest du das eigentlich gerade gekillt? Wetterli. Genau die gleiche wie ich. Also, die hat gerade so viel Schaden gemacht, machen erst mal schon. Das verstehe ich wieder nicht. Er trifft dich zum Tod. Du triffst da, was weiß ich, zehnmal, drei Headshots. Zurück zum Menü. Ich, also, ich habe gerade das alles nicht verstanden, ne? Das war krank, richtig krank. Ne, also, die Runde, die war jetzt echt viel. Ich habe jetzt, ey, vom Pech verfolgt und jetzt verstehe ich nicht, wie die mich gefunden haben, weil ich habe kein Geräusch gemacht, nicht mehr die Vögel sind weggeflogen. Ich wusste, dass sie dort sind, ja, ne? Ich dachte, aber die gehen jetzt zu den Hinweisen und ich kann sie von hinten so ein bisschen angreifen. Aber ne, die sind exakt zu mir gelaufen. Aber volle Rotze in meine Richtung. Das wüssten sie, wo ich stehe. Jäger getötet. Einer. Okay. Also, ich habe den anscheinend wirklich einmal gekillt. Hm. Schade. Irgendwie, keine Ahnung. Aber gut, eigentlich, fast, muss ich ehrlich sagen, ich wollte fast sterben. In irgendeiner Weise. Sonst wäre ich ja längst rausgerannt. Jo. Schade von dir. Ja, weil ich sonst wären wir wieder, wie damals, so ungleichmäßig gewesen. Scheiße, sowas. Es wäre natürlich jetzt geil gewesen, dass du irgendwie beide Bounties und irgendwie fünf Vierkels raus. Ja gut, gegen die hätte ich gewinnen können, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil die waren auch nicht besonders gut. Nö. Die haben sich so oft gezeigt, ich habe die oft getroffen und es war jetzt überraschend, dass der plötzlich vor mir stand. Das war jetzt so unerwartet. Und auch, dass er mich das zweite Mal getroffen hat, weil ich voll im Gebüsch war. Wie gut muss man eigentlich da unterm Laufen, unterm Springen jemanden treffen? Da treffe ich nie jemanden, wenn jemand so lauft, springt, läuft, springt, läuft, springt, im Gebüsch noch, dass er mich da erwischt hat. Kranker Shit. Naja. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.